hallo meine freunde hier beim essen hier energy und pilz und schön asian box also diese beiden dinge jeder als ihren box und das hier 13 euro also das könnte etwas günstiger sein um drei euro aber egal wir finanzieren gerne auch mal die leute die wenig verdient und ja was soll ich dazu sagen wir gehen gleich auf den blizzard stand einer schönen kölner messe und hier die ganzen leute die haben hunger ich habe auch natürlich gern hunger da wird gleich natürlich hier schön nudeln wird gleich reingegriffen also wo waren wir bis jetzt wo waren wir überhaupt bis jetzt wir waren crisis 3 waren wir und wir waren wie ist das andere spiel darkness darkness 2 dax das 2 so da waren wir bis jetzt also das einzige was wir noch machen wollen ist zwar davon ist das ist kommander krieger glaube ich glaube ich hatte kommander krieger heute hier das ist der liebe kommander krieger der junge mann der auch let's play macht das ist wahrscheinlich seine fangemeinde das ist seine fangemeinde oder fangemeinde ne ne kennen wir nicht wie ist das überhaupt ja kenne ich nicht so ihr seid aber seid ihr wirklich seine fans hier nein nein ich stehe ja auch nur so mal da ich spiele immer mit ihm zusammen ihr seid ich bin der füße doch klar ja ihr habt mal gesehen ab und zu verfolge ich auch mal so die kommander krieger sache ich mache ich habe so auch eigene kleine community aber ich bin so einem aufbauen okay so deswegen den kennst du schon mal so ein bisschen xbox ne ja sicher ja und hier den kennst du schon auch für ellotrix darf ich dich filmen ja jetzt darf ich dich selten aber ich zeig mein gesicht mal heute ja weil normalerweise ich habe gehört in youtube du willst dich ja nicht so blicken lassen also lass es bei dir das video ja soll ich vielleicht deinen kopf ein bisschen so schwarz machen also in schwarzen balken ja mach ich wohl alles klar ja der gibt wahrscheinlich die seine interviews da habe ich eigentlich keine zeit mit dem zu quatschen heute aber bei euch verfolge ich noch ein bisschen interessiert mich so etwa macht euch spaß habt ihr gute community aufgebaut finde ich gut vielleicht rutsch ich da auch mal ein bisschen rein vielleicht interessiert das den leuten auch mal und wo wart ihr bis jetzt wir waren bis jetzt eigentlich nur hier also seid ihr denn gerade angekommen ich dachte ihr wollt die ganze woche hier sein wie ich das verstanden habe wir waren donnerstag schon hier aber auch hier rum zu haben wir nicht rein hier kommen ja noch größer ich muss auf der anderen muss nicht nach pauschen sonst könnt ihr das nur bei der bank anlösen an das geld ab hier vom kommandokrieger ich hab dich schon mal gesehen ja danke ich wünsche euch viel spaß auf wiedersehen